Die 22-Jährige sorgt derzeit bei der RTL-Tanzshow Let's Dance für ordentliche Furore. In der Kennenlernshow zum Auftakt der neuen Staffel gewann sie prompt die Wildcard und war somit vor dem Rauswurf in der Folgewoche geschützt. In den ersten beiden regulären Shows erhielt sie mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin, 35, von der Jury jeweils die höchste Gesamtpunktzahl im Vergleich zu den restlichen Teilnehmern. Einzig Turnstar Philipp Boll, 35, konnte der rothaarigen Schönheit am Freitag erstmals das Wasser reichen und nach Punkten, 29, mit der 22, in ihrer aktuellen Podcast-Folge von Die Pochers, kamen Olli und seine Ehefrau Amira Pocher, 30, nun auch auf die aktuelle Staffel zu sprechen. Dabei sinnierte der ehemalige Viva-Moderator unter anderem darüber, wie der Contemporary mit der Tochter des mehrmaligen Grand-Slam-Siegers wohl aus, zur Erklärung. Bei diesem Tanz müssen die Kandidatinnen und Kandidaten häufig ihre Biografien oder einschneidende Erlebnisse aus ihrem Leben anhand einer ausgeklügelten Tanz-Choreografie ausdrücken. Eine Steilvorlage für Pocher Da freue ich mich schon auf den Contemporary, wenn sie vielleicht ihre Zeugungsgeschichte vertanzen kann. Mit Bibi Blocksberg und einem Besen stichelte der 44-Jährige und spielte damit natürlich auf die Besenkammer-Affäre zwischen Boris und dem Model Angela Ermakova, 55, an, aus der, auch zu einer möglichen Song-Auswahl, äußerte sich der fünffache Familienvater. Ich gehe von Hit Me Baby One More Time oder Ups! I did it again aus, um dem nächsten Shitstorm sogleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, betonte Pocher jedoch, es ist nur Comedy. Er finde es nämlich gut, dass Anna in der Show dabei sei. Tatsächlich verfolge er Let's Dance in diesem Jahr nur am Rande. Dies würde vor allem daran liegen, dass in der Vergangenheit immer jemand dabei gewesen sei, für den er Interesse gehabt habe. Dazu zähle natürlich seine Frau Amira oder auch Ilka Bessin, 51. Er selbst wirkte ebenfalls schon mit. Ich habe mitbekommen, dass dort sehr viel Mittelmaß bis unter Durchschnitt ist. Gerade mit Abdelkarim, Knossi, Younes ist sehr viel Schatten bei den Jungs dabei. Erst genannter musste das Format nach schwacher Leistung am Freitag bereits als zweiter Promi verlassen. Erst genannter musste das Format nach schwacher Leistung am Freitag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.